hallo meine lieben freunde meines kanals ja es kommt in spanien wieder zu starken niederschlägen dieses kleine tiefdruck gebiet dieser kaltluft tropfen der dort ja sich seit längerer zeit aufhält will nicht verschwinden bleibt nahezu ortsfest war und führt im weiteren dann immer wieder zu extremen niederschlägen und das was wir hier zehn das sind aktuelle satelliten aufnahmen das heißt also eine gewitterzelle zwei gewitterzellen und eine valencia ebenfalls eine sich entwickelnde gewitterzelle also wieder niederschläge genau in diesen gebieten die unter anderem auch von diesen extremen unwettern betroffen waren vor allem valencia jetzt wieder eben gewitter und stark niederschläge könnt ihr euch vorstellen womit ein aufräumarbeiten das behörden waren jedenfalls davor und sagen jedem dass er dort verschwinden soll das heißt also da gibt es jetzt tatsächlich ein riesen problem denn diese dauern niederschläge auch in dieser stärke dieser extreme hagelschlag der hier teilweise auch stattfindet das sind extremste aus extremste formen einer solchen wetter situation aber gut es ist etwas was dort ab und zu mal vorkommt es ist nicht etwas was noch nie der fall war aber in dieser ausprägung schon phänomenal katastrophal das muss man schon sagen also das sind schon regenmengen die hier innerhalb kürzester zeit runtergekommen sind da fragt man sich schon wo kommt das ganze wasser dafür her aber es ist relativ einfach zu erklären es ist leider nicht so kompliziert wie man das gerne haben möchte es ist so dass das mittelmeer zu warm war und auch noch ist also durch diesen kaltlufttropfen ist die oberflächentemperatur des meeres in diesen bereichen gott sei dank jetzt rückläufig durch die durchmischung auch durch die starken winde die dort stattfinden natürlich auch ein ganz klein wenig durch den hagel der hier auch über dem meer niedergeht aber die generelle temperatur des mittelmeers ist zu hoch für diese jahreszeit das führt zu solchen extremen ausprägungen schuld daran ist ein eine ja eine herbstliche wetterentwicklung die so nicht ganz normal ist sei gut das gibt es immer wieder mal aber in dieser ausprägung also dass im grunde genommen die herbststurm tätigkeit größtenteils unterblieben ist dass wir hier kaum kaltluft vorstöße richtung mittelmeer gehabt haben weil wir immer wieder irgendwelche block situationen hatten zum beispiel auch momentan doch ein sehr großes hochdruck gebiet welches die tiefdruck gebiete vom mittelmeer fernhält all das ist eine situation die es immer mal wieder gibt aber in der kombination eines bereits überhitzten mittelmeeres natürlich vergessen das mittelmeer war heuer viel zu warm es war zu früh zu warm es war im sommer hochsommer viel zu warm und es ist immer noch zu warm das heißt es gibt keine abkühlung und das könnte uns im laufe der zeit auf die füße fallen meine lieben und zwar ist diese wetter situation so wie wir sie momentan haben prädestiniert für eine schneekatastrophe für einen gewaltigen blizzard den wir vielleicht erleben werden je nachdem wie sich das entwickelt denn wir haben eine situation wir haben ein zu warmes mittelmeer das sieht man hier das sind also die temperatur abweichungen der letzten 25 jahre die werden hier mit eingerechnet da haben wir große bereiche die einfach viel zu warm sind das sind jetzt keine absoluten temperaturen sondern nur die differenz temperaturen zu den letzten 25 jahren also wo gemessen wurde und gesagt okay das ist jetzt so ein peak nach oben der eben auch zu extrem wetter situation führen kann im weiteren verlauf wohlgemerkt hier zum beispiel spanien dort wo sich der kaltluft tropfen befindet auch teilweise dort wo die niederschläge stattgefunden haben und stattfinden eine abkühlung des mittelmeers generell was natürlich für diese region günstiger ist weil dann einfach auch nicht mehr so viel wasser kondensiert na und dann dementsprechend auch nicht mehr so die niederschläge extrem ausfallen können theoretisch zumindest aber das wasser würde sich relativ schnell regenerieren durch eine südliche anströmung aus der sahara heraus also momentan eine sehr sehr verzwickte situation haben auch hier immer wieder sahara staub der richtung norden verfrachtet wird innerhalb dieser tiefdruck gebiete da sieht man dann sehr schön die strömung die immer wieder warmluft hier nach oben fördert also sei es eine sehr verzwickte situation vor allem im weiteren verlauf denn wenn dieses hochdruck gebiet sich nach osten zurückziehen sollte was durchaus denkbar ist in solchen wettersituationen das heißt es wandert hier so langsam weg und dann kommen die tiefdruck gebiete langsam wieder rein und manche dieser tiefdruck gebiete würden dann auch richtung ja mittelmeer abschwenken oder schwenken sei es je nachdem wo sich das hochdruck gebiet verlagert nach nordosten nach südosten je nachdem wie das ganze funktionieren wird wird es dann eben auch die möglichkeit geben dass kaltluft ins mittelmeer vordringen und dann haben wir eine ähnliche situation wie im september das heißt es dann bildet sich hier wieder über norditalien ein tiefdruck gebiet ein sogenanntes 5b tief und das würde dann allerdings etwas anders ablaufen als im september also sehr starke niederschläge gab unter anderem auch als regen natürlich auch starke schneefälle aber das wäre dann nur noch schnee und zwar bis ganz runter das heißt also müssen wir mal folgende situation überlegen einfach mal so durch den kopf gehen lassen wenn wir eine situation bekommen sollten in der hier ein 5b tief entsteht bei den momentanen wassertemperaturen die wir hier haben und das ganze nach norden wandern würde und gleichzeitig kaltluft aus nordosten anzapfen würde dann hätten wir genau in diesen gebieten in denen wir jetzt auch diese starken regenfälle hatten plötzlich schnee und da reden wir von 300 mm niederschlag also nicht ganz so viel weiß was und immer ganz so warm ist im mittelmeer natürlich ein bisschen zurückrudern aber wir hätten dann trotzdem immer noch zwischen 100 und 150 mm niederschlag und diesmal als schnee bis ganz runter das wäre enorm gibt aber das mittelmeer her momentan sei es also wenn es hier nicht zu einer abkühlung kommen würde ja die durch andere vorgänge von statten geht und wenn dann sich ein tiefdruckgebiet hier entwickeln würde wohl gemerkt wir sind hier im konjunktiv dann hätten wir tatsächlich eine schneekatastrophe die die alpen betreffen würde teil der osteuropas österreich süddeutschland wäre dann wahrscheinlich auch mit betroffen sei es als extreme stauniederschläge und dann extremst schnee ich meine manche jammern ja momentan dass es keinen schnee gibt das ist ja auch richtig so sei es also manche wintersportgebiete haben ja schon aufgegeben weil es einfach nicht mehr funktioniert ja ja sieht man in den letzten 20 jahren man sieht das extrem verschlechtert das heißt also man merkt schon dass es im generellen wärmer wird aber die schnee situation könnte sich dann ganz schnell in eine andere richtung drehen na und dann meine lieben im weiteren verlauf also wenn so ein 5b tief mal durch ist dann wird es interessant weil unter umständen aber nur unter umständen ja wenn das tief weg ist können andere tiefausläufer hier rein ziehen das heißt also weil das hochdruck gebiet dann komplett weg ist aber dieses tiefdruck gebiet man auch richtung osten wandern würde dann wird es kurz zwischen hoch geben und dann könnten hier tiefausläufer kommen und jetzt wird es interessant wenn sich ein hochdruck gebiet hier nördlich befinden sollte und die tiefausläufer hier durch müssen das heißt also hier reinziehen britische inseln frankreich und dann mit einer südwest anströmung warmluft nach europa führen würden unter anderem auch mit starken regen fällen dann dann wäre das worst case scenario auch für uns besiegelt solche wettersituationen gab es schon erst extrem starker schneefall dann nach folgend extrem starken niederschläge in form von regen man sagt zwar immer viel schnee wegen wasser das heißt also viel schnee wenig hochwasser weil schnee eine eine eigenschaft hat wenn es da rein regnet muss es extrem viel regnen ja dass der schnee mit weg geht weil die eine unglaubliche speicherkapazität hat das heißt also regens rein und der puffert das ganze erst mal der schnee also bei einem meter schnee brauchst mindestens 200 liter auf dem quadratmeter dass der ganz weg ist das heißt also also regen wohlgemerkt das heißt also da brauchst du dann schon extremste wetterverhältnisse aber wenn wir uns die großwetter situation momentan mal anschauen also global gesehen also wie sich das momentan darstellt dann haben wir sehr viele kleine anomalien die sich dort herausgebildet haben also bezüglich wettermuster und so weiter und so fort ist schon war etwas was jetzt nicht so normal ist im sinne das hätten wir jetzt jedes jahr so das heißt also auch die nordsee ist zu warm die ostsee ist zu warm schwarze meer ist zu warm adria ist sowieso unter ferner liefen also die ist extrem warm müssen wir mal ganz kurz mal gucken die absolute temperatur würde mich jetzt auch mal interessieren weil wir ja hier mal ganz kurz gucken wir einigermaßen auflösung haben wo man das dann sehen können machen wir mal anomalie weg wir haben ja immer noch immer noch über 20 grad ne also es ist wow also über 20 grad generell hier auch in diesen bereichen es ist schon warm und hier unten sogar noch 23 grad also ja ist schon noch sehr warm also im vergleich zu und andere bereiche wie zum beispiel nordsee da können wir jetzt hier zum beispiel den bereich da sind wir aber bei fünf grad oberflächentemperatur wassertemperatur und hier in dem bereich muss man jetzt mal gucken was haben wir denn hier überhaupt ach ja das ist dänemark hier unten gut da haben wir jetzt aufgrund der bewölkung jetzt keine darstellung 1 zurück hier zum beispiel britische inseln da sind wir jetzt bei 12 grad es ist aber auch noch ein bisschen zu warm es ist schon noch zu warm also für das was eigentlich um diese jahreszeit normal sein sollte aber meine lieben was ist schon normal das ist das andere weder aber es ist fakt dass solche wettersituationen oder auch wettermuster die sich momentan hier abbilden im weiteren verlauf schon zu extrem führen können das was momentan hier in spanien passiert ja also dieser kaltluft tropfen der sich hier eben gebildet hat oder der jetzt einfach nicht weg will der wird auch in den kommenden tagen tatsächlich noch für probleme sorgen das heißt das ist noch nicht gegessen das thema und man muss gucken wie lange sich das gebiet hier überhaupt hält aber wie gesagt auch für heute im bereich alicante und so weiter durchaus möglichkeit für extremste unwetter mit starken niederschlägen und dann auch wieder mit sturzfluten und ja hoffentlich nicht noch mal bilder wie in valencia aber ja das kann durchaus sein dass das auch extrem wird zu haben das war jetzt die winter aussicht ja ihr könnt mich messen daran wie ich das ganze jetzt hier dargestellt habe wie sich das alles entwickeln wird aber es gibt natürlich für alles immer eine gewisse wahrscheinlichkeit die sie dann auch darstellt manche wird es natürlich freuen wenn es mal wieder richtig schneit aber das was da passieren könnte wäre dann schon extrem und würde auch katastrophale ausmaße annehmen sollte sich eine solche wettersituation die hier jetzt beschrieben habe tatsächlich bewahrheiten aber die chance würde ich persönlich jetzt mal auf zehn prozent schätzen dass so etwas in diesem winter tatsächlich passieren wird bis zum nächsten mal so Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020